Was soll die Gemeinschaftsschulen in Sachsen auslaufen? Und andere Länder würden quasi unserer Bildungspolitik nachmachen wollen. Die Staatsregierung sagt weiter, dass die Schulversuche ja nur auf eine begrenzte Zeit angelegt sind und eigentlich nur zur Erprobung neuer pädagogischer und organisatorischer Konzepte da sind. Und daraus könnte man keinen Anspruch auf einen Dauerbetrieb ableiten. Nun, der Gesetzgeber, und das war damals, als das Schulgesetz verabschiedet wurde in Mehrheit, die CDU, hat in dem jeweiligen Paragrafen im Schulgesetz keine zeitliche Begrenzung für Schulversuche vorgesehen. Hinzu kommt, dass in den Leitlinien für die Gemeinschaftsschulen, die damals Minister Flath von der CDU unterzeichnet hat, ganz klar gesagt wird, Die Schulversuche und Gemeinschaftsschulen sollen eine Laufzeit von mindestens sechs Jahren haben und bei Erfolg regulär weiterlaufen. Weiterhin sagt die Staatsregierung, dass sie wollen die pädagogischen wertvollen Erfahrungen der Gemeinschaftsschulen an die regulären Schulen, insbesondere die neu zu gründen Oberschulen, übertragen. Dagegen ist absolut nichts einzuwenden. Dies ist jedoch kein Argument nach unserer Auffassung, die Gemeinschaftsschulen zu schließen. Hier ist einfach das Wunsch und Wahlrecht der Eltern ein sehr hohes Gut. Viele Eltern in Sachsen möchten, dass ihre Kinder länger gemeinsam lernen, beziehungsweise auch in Zukunft länger gemeinsam lernen können.